Hallo, guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 25. August und wir sind startbereit, um das Timmelsjoch zu erkimmeln. Mit den Fahrrädern. Mit den beiden hier. Jawohl. So machen wir das. Und dann geht es in diese Richtung. Bei strahlen der Sonne. Na, wie läuft es bis hier? Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind jetzt kurz vor der Mautstation. Ja, sauanstrengend. Jetzt sind wir über 2000 Meter hoch. Und? Macht Spaß? Noch nicht so richtig. So, wir sind jetzt hier. So, wir sind jetzt hier. Untertitelung. BR 2018 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 Toller Laden, ha? Ja, außer uns. Urig gemacht. Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, noch rund 160 Filmmeter. Dann haben wir es geschafft. Untertitelung. BR 2018 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 Wie ist es die Erkanne? Ja, also die letzten Meter, das war schon ganz schön herb. Und da unten am Parkplatz, da habe ich dann wirklich Atemnot bekommen. Ja, da warst du ja auch im Ziel, ne? Ja. Tymmelsjoch. Wow, geschafft. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020